In den heutigen Vivi News schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details an für den kommenden Midi's Guardians of the Galaxy Drop. Unter anderem haben wir auf jeden Fall die nächste Ankündigung für den nächsten sehr guten Comic Drop. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall noch einige Daten an vom Gauntlet und noch sehr viel mehr. Das alles jetzt in diesem Video. Willkommen auf Worte ich bin es dein Captain Dain Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall mit einer Menge Themen mit dabei. Und deswegen würde ich sagen starten wir an dieser Stelle auch direkt rein ins Video. Wenn du da draußen aber natürlich kein Video in Zukunft verpassen möchtest, dann aktiviere auf jeden Fall die Glocke und abonniere meinen Kanal. So verpasst du da draußen definitiv kein neues Video und jetzt würde ich sagen viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen starten wir an dieser Stelle mit den nächsten Mighty Series die wir hier sehen werden und mit den Drop Details. Das Ganze wird am Mittwoch um 17 Uhr deutscher Zeit Drop mit insgesamt sechs Collectibles und noch einem Airdrop dazu. Das schauen wir uns wie gesagt jetzt einmal an. Das Ganze hier einmal wie gesagt mit Airdrop bzw. Utility an dieser Stelle. Ihr bekommt den Airdrop aber nur wenn ihr vor dem 31. Mai wirklich auch alle sechs dann zusammen habt, dann bekommt ihr einen siebten noch dazu. Den schauen wir uns auf jeden Fall gleich an wer das ist. Ich persönlich finde ihn jedenfalls ziemlich süß. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal an. Ich persönlich muss erst mal ganz kurz sagen hier zu diesen gesamten Collectibles, die sehen ja teilweise sehr misslungen aus, hier angefangen mit Peter Quill. Teilweise sehr sehr seltsam, aber was meiner Meinung nach hier auch so ein bisschen darauf schließen lässt, dass wir sehr wahrscheinlich Fidgetils mit denen sehen werden. Also ich weiß nicht wie es euch geht, mir geht es jedenfalls so, wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich da eigentlich eine 1 zu 1 Figur im physischen. Deswegen meiner Meinung nach definitiv etwas was trotzdem interessant ist, weil es wahrscheinlich ein Fidgetil, also ein physisches und digitales Produkt geben wird. Also das physische haben wir jetzt zwar noch nicht, aber das digitale jedenfalls schon. Schauen wir uns jetzt aber auf jeden Fall mal den Drop ganz genau an. Pro Blind Box, wie ich vermutet habe, 13 Gems. Das Ganze wird hier bei Peter Quill eine Auflage von 4200 Stück haben. Außerdem wird es natürlich eine First Appearance sein und eine Common Version sein. Anschließend haben wir hier wirklich einer mit der hässlichsten Mightys, die ich wirklich jemals gesehen habe. Leider ist es Groot. Ja, an dieser Stelle Groot mit einer Edition Auflage von 3300 Stück als Uncoming. Das Ganze haben wir dann hier weitergeführt mit Mantis. Das Ganze wird eine Rare sein. Unter anderem hier natürlich auch eine First Appearance, 2400 Editions und eine Rare, wie schon erwähnt. Das Ganze ist an dieser Stelle hier eine First Appearance und hier oben nicht, weil wir schon tatsächlich Groot hier auf der App haben, dementsprechend nicht irritieren lassen. Schauen wir uns das nächste Collectable an und das ist an dieser Stelle Nebula. Sie wird auch wieder eine Rare sein und eine Edition Zahl von 2400 Stück haben und natürlich auch eine First Appearance sein an dieser Stelle. Anschließend haben wir dann hier Drax. Er wird eine Ultra Rare sein und hier haben wir eine Edition Auflage von gerade mal 1500 Stück. Das Ganze natürlich auch wieder hier als First Appearance. Im Anschluss haben wir dann hier noch eine Secret Rare und das Ganze ist Cosmo. Er wird an dieser Stelle nur 850 Editions haben, aber natürlich auch eine First Appearance sein. Das war es mit den Collectables und jetzt schauen wir uns noch an, was wird der Airdrop sein? Der Airdrop wird, und den mag ich persönlich am meisten, von den Guardians of the Galaxy Rocket sein. Leider wird er dann dementsprechend wahrscheinlich auch eine relativ geringe Edition Auflage haben. Maximal 850 Leute, beziehungsweise sogar noch weniger Leute. 740 Leute können das Ganze tatsächlich nur voll machen. Das Set dementsprechend maximal 740 Rockets, wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Dementsprechend wird Rocket sehr interessant sein, unter anderem weil es natürlich auch eine First Appearance ist und ich glaube auch generell relativ beliebt ist. Ansonsten der Airdrop selbst wird dann am 6. Juni stattfinden, das heißt sechs Tage nachdem ihr das Set voll haben müsst und dementsprechend wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Falls ihr den Airdrop mitnehmen wollt, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr von der Mighty Series haltet. Im Anschluss haben wir hier den nächsten Comic Drop und das Ganze ist kein uninteressantes Comic und zwar haben wir nämlich hier die First Appearance of Scorpion mit dabei. Das Ganze ist Amazing Spider-Man Hashtag 20 aus dem Jahre 1963. Natürlich wieder mit Exclusion Rare und auch Altria Covern. Das Ganze wird am 25. Mai, also am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Schauen wir uns gleichzeitig nochmal hier die Details an auf Go Collect. Was ist das Comic wert? Das ganze Comic ist nämlich schon ganz schön interessant. Hier wieder 9.8 war das höchste, was verkauft wurde bei 48.000, der Durchschnitt bei 42.000. Ja und auch hier 8.5 für 3.300 Dollar, also nicht gerade wenig. Man muss außerdem natürlich hier sagen, das ganze Comic ist schon relativ alt. Dementsprechend es werden jetzt nicht nochmal sehr viele neue auftauchen, die in einem guten Grade bzw. in einem guten Zustand sind. Dementsprechend hier sieben Stück 9.8 ist natürlich auch schon deutlich. Ist natürlich auch schon sehr, sehr wenig. Dementsprechend hat das auch einen hohen Einfluss auf den Preis, aber auch wenn man hier runter schaut, ja im Prinzip eine 5.0 bekommt man nicht unter 625 Dollar, was meiner Meinung nach an dieser Stelle auf jeden Fall schon kein schlechtes Zeichen ist. Ich persönlich werde jedenfalls den Drop an dieser Stelle mitnehmen. Im Anschluss haben wir noch ein paar neue Daten zum Gauntlet Drop. Insgesamt wurden bis gestern jedenfalls 2.676 Gauntlets insgesamt gecraftet. Davon wiederum sind 877 Stück Siguray Eye of Agamotus, was meiner Meinung nach doch schon eine relativ hohe Zahl ist, womit ich nicht gerechnet hätte. Aber auf jeden Fall bis zum 10. Juni ist hier noch Zeit, das Ganze zu machen, um dann auch hier diesen Air Drop zu bekommen mit den beiden Thanosen. Im Anschluss gibt es nochmal ein paar Daten vom VBX Tracker und da schauen wir uns insgesamt mal die Entwicklung momentan an. Ich habe jetzt hier einfach nochmal die Entwicklung von Anfang des Jahres bis jetzt euch aufgezeigt. Ja und wenn man das sich mal anschaut, insgesamt sind wir hier wirklich sehr, sehr, sehr flach. Der Durchschnitt ist ja eigentlich wirklich sehr konstant, was meiner Meinung nach man jetzt sehr negativ deuten kann, aber auch einerseits sehr positiv, denn negativ ist natürlich, dass wir keinen Aufwärtsschwung sehen. Andererseits muss man aber auch ganz klar sagen, ist es positiv, dass es nicht weiter nach unten geht mit dem Durchschnitt bzw. auch wenn wir hier so eine leichte Tendenz nach unten sehen. Natürlich aber keine starke Tendenz, was wichtig ist und was zeigt auf jeden Fall, dass die Community weiterhin doch noch am Start ist. Und wenn man sieht, wir waren hier sogar am Anfang des Jahres deutlich, deutlich weiter unten. Da haben wir uns dann jetzt wieder hochgekämpft und gehen jetzt so ein bisschen weiter nach unten. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach an dieser Stelle wirklich noch in Ordnung. Was man natürlich aber auch sieht hier bei den neuen aktiven Wallets. Ja, da ist das die letzten Tage und Wochen wirklich sehr, sehr zusammengebrochen. Hier hatten wir immerhin noch mal so ein paar Mal ein bisschen am Ausbruch von 200 neuen aktiven Usern. Das Ganze hat sich auch hier wieder ein bisschen verlangsamt. Man muss aber auch ganz klar sagen, aktive User werden an dieser Stelle nur getrackt, indem sie wirklich eine neue Transaktion machen bzw. eine Transaktion überhaupt machen. Das heißt, es können sich dutzende Leute die App runtergeladen haben, aber machen keine Transaktion und können dementsprechend hier auch nicht aufgeführt werden. Das ist das nur, was wir über die Blockchain sehen können. Im Anschluss würde ich sagen, schauen wir uns noch mal das Omi-Burn-Sheet an. Das Ganze ist aber leider auch nicht ganz aktuell. Das Ganze geht jetzt hier an dieser Stelle von den Daten nur bis zum 16.05. Zum Zeitpunkt jetzt, aber auf jeden Fall bis zum 16.05. haben wir hier 94 Milliarden Token geburnt und wir haben auf jeden Fall auch die Daten, wie viele Gems in den letzten Tagen hier auch in die App gekommen sind. Hier gibt es irgendwie einen Fehler. An diesem Tag sind irgendwie überhaupt keine Gems in die App gekommen, was ich mir nicht vorstellen kann. Da muss es irgendeinen Fehler gegeben haben. Aber was ich sehr komisch finde, und dass an diesem einen Tag hier tatsächlich nur gerade mal 2500 Dollar in die App gekommen sind, glaube ich, dass das jetzt hier reelle Daten sind. Nicht wirklich, denn wenn man sich die anderen Zahlen mal anschaut, da haben wir nichts Vergleichbares bzw. wir hatten auch nie sowas Vergleichbares hier von den Zahlen her. Und ja, insgesamt sieht man aber auch hier schon wieder eine leichte Tendenz nach unten. Wir hatten jetzt hier am 16.05. nicht mal über 50.000 Dollar, die an einem Tag in die App gekommen sind, was natürlich auch zeigt hier, dass weniger Geld in die App kommt. Das hatten wir auch schon mal hier wirklich einige Tage bzw. auch wochenlang teilweise, dass wir unter 100.000 waren, teilweise sogar auf 50.000. Das ist natürlich keine schöne Entwicklung, muss man ganz klar sagen. Das Ganze ist natürlich dem geschuldet, dass viele Leute einfach momentan weniger Geld zur Verfügung haben und natürlich auch weniger in Risikoassets investieren wollen, was einfach wie wie ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Du kannst mir aber auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren, ob du momentan noch aktiv Geld in die App steckst und wie das so ein Verhältnis ist zum letzten Jahr. Steckst du mehr Geld jetzt rein oder tatsächlich deutlich weniger? Wie gesagt, schreib es mir unbedingt gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib den ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.